Wieso kann ich bloß eine Armbrust? Ich weiß gar nicht, was macht die denn? Magische Handarmbrust. Das klappt auch nicht, Alter! Salto! Oh Gott! Was hab ich hier? Eine Rune! Oh Gott, das sind golden Typen! Oh Gott! Oh Gott! Gatling! Ich dachte irgendwie kaum schau, oder? Du hast doch auch geentscheiden! Du machst das mal! Tut dir umschmal die Typen aus! Ja irgendwie tisch, hab ich das Gefühl. Ich brauche mehr Hass, um das zu tun. Und er ist da! Warum? Nicht genug Hass! Ha! Du nur einen Ding machst! Ich höre schon alles durch! Alles klar! Wenn wird einer gesündet! Easy! Lärre Ausrüstungsplatz! Ich höre schon mal! Ich höre schon mal! Ich höre schon mal! Was hast du gesagt? Da war Ausrüstungsplatz! Nein! Oh nein! Pech! Null! So! Guck mal! Einzimittel! Wow! Ich erkläre Ausrüstungsplatz, aber ich kann nichts weiter machen. Das wird sehr abgeholt worden, oder? Für die Dings. Sekundär verstärkt die Wirkung jedes Eidesteins, der in diesen Gegenstand eingesetzt ist. Von 28% dieser Effekt wirkt sich nicht aufweckend der Edelhänder aus. Erhöht den Radius, in dem Gold und Heilkuchen aufsoldaten können. Ich bewege mich mal kurz. Ich muss mal die Heizung unterdrehen. Wow! Genau! Das ist noch ein Radius, Rico. Ich hatte niemanden gespawnt. Ich brauche mich an der Brunnero mit der Amirio vor. Was? Lacher Ausrüstungsplatz? Sie haben einen Lacher Ausrüstungsplatz. Wir haben jetzt auch die Gegenstandes. Hä? 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 Ich bin verwirrt. Reiferprüfung 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 Reiferstück Pusht 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 Handschuhe Ja Kann Schuhe sagen Es gibt nichts Gold Geht noch Ja Protokolle einmal aus dem Boden beschissen Ein Skelett gegen Skelett Los Er hat uns wirklich besucht Gehen wir da schon Ja Ich hab nichts Bei den Verbrauchen Bei den Verbrauchen von Leichen Wie das klingt Öhm Oben rechts war ein Aktiver Bauern Schhh Das kann sein Fisch fänden Wenn du Tuten machst Mach's schon Wer fiel euch gar nicht Meine Killinge für an Geht hier Musst du eigentlich überhaupt was machen Nö Weißt du wie lustig es gewesen wäre Wenn wir beide eine Tutenbeschwerung genommen haben Nein Bei den Bei den Ach Tutenbeschwörern Verdammt Dämoniker Hatt ich gedacht Ist doch zu easy Jo Ist doch so schon zu easy Ja Hexendoktor Hexendoktor mit dieser übelsten Fetischarmee Ich bin voll los in 5 Höllen Äh 5 Zoll gewöhnt Die war ja nichts Ja das ging schnell verstört War ja nichts Ne Ach Gold Das ist ja Sooo Oh Na schön und gute Tag Wenn sie kotzen müssen würde ich sagen sie bleiben lieber liegen Das ist ja ekelhaft Sag mal kann sein dass du einfach nur durch rennst Ne Ich fülle die ganzen Gegner Ich fülle die ganzen Gegner Ich fülle die ganzen Gegner du Ja Ich fülle die ganzen Gegner Ich fülle die ganze Gegner Ich fülle die bisher noch auf die Gegner Uhhhhhhhhh Mr.Finger Ich hab geredet Oh Ich hab ne passive Fertigkeit Ich habsel Es war zu fliegen Ich hab zu fliegen Ich hab vor命 Tipping Er wird überGo Das wимся Da! So, das habe ich schon. Baaah! Mhhm! Interessant! So, wir gehen hier. Oh. Nice. Oh leu, das sind doch auch Gegner, Rico. Die Bude, wo ist doch gar nicht? Da ist nicht! Warte, was machst du denn? Ich geh keine Gruppe da rein. Nee, die Gegner mache ich jetzt noch. Ich bin doch keine Gruppe da. Warte, was? Keine Gruppe da. Katarina. Au. Warte, merkst. Sie sind dafür bekannt, ihre eigenen Jungen zu verzehren, wenn keine andere Nahrung zur Verfügung steht. Ihr Nachwuchs, die Kobolde, können mitunter fliehen und verbünden sich mit anderer Höllenbrot. Sie bewegen sich in aggressiven Gruppen. Immer bereit, sich auf ahnungslose Reisende zu stürzen. Und sie mit ihren winzigen, messerscharfen Zähnen zu zerreißen. Oh, das ist jetzt voll. Ja, die hauen die weg. Nein. Nicht das, aber bei mir war einfach irgendwas. Bei mir war eine Meldung kurz aufgeploppt, gleich wie Leute gewesen. Ich brauche eine Leise! Eigentlich. Ich bin das gewohnt, den Golden hier nur herzulaufen, weil das meistens meine Begleiter machen. Begleiter, ob der Gräser sind. Das ist doch ein Nahrung der Fall. Wie? Mit der Nase. Alte, ist unbedingtな's ein wiesentwiesel. Nein, sie ist da! Vor allem mit ihrer Lage! Ich stelle mich hier oben und machen sie schon, okay? Ich steh mich nur auf 2 F1 Ich muss leider sehen, die sind einfach im Stück. Leider! Das halten sie nicht mehr lange durch. Du lebst das Engelbändnis. Too easy. Die ganze Kette. So, ich spüge mal nur eins, ich spüge mal ein Ziel an und gucke nur eins. Okay? So. Einfach geredet dieses Schei... So, ja. Was ist los? Das ist schwer auf die Zeit, du will. Okay. Ich hab keine Leiche mehr! Die Stero geworben, die Wieser. Was ist denn der Boss? Die Files, guck mal wie du bist. Ooooooh. Huch! Alter, ich geh grad nicht weg. Die Files, guck mal wie du. Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. Bitte versuche es erneut. Alter. Was hab ich... Ihr habt gar nichts gesagt! Ich bin grad Aschrocken. Du bist. Du hast ein Schild? Ich hab schon ein Schild. Leg mal raus mal gucken. Ich weiß, was du gerne nimmst. Enoch, gib dir mal! Da gibst du das. Hey, hey, shit. Jetzt kann ich nicht. Das ist gut. Das ist gut. Ich mach hier Doppelbogen. Das ist eigentlich schön jetzt. Gehen wir mal nach unten. Okay, vamos. Geld! Wisch. Ich brauche mehr Disziplin. Klapp. Na, geh nach oben. Mann, ey. Mach das Brett auf. Wisch. 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 Dann. Oh. Nicht genug Disziplin. Ja. Ich mach das schon mal. Oh, ich schalt hier rein. Der ausgeleidete ist ein Teleporter. Da hat er gesteilt. Da ist noch ein Pfeil hier drin, nevermind. Die Waffe ist einfach ein Pfeil hier drin. Also ich bin gerade nicht reingefordet. Danke! Bitte! Ach für Scheiße, Schuhe. Ich würde sagen, da ist es die falsche Krypto. Erstens nur die falsche. Nein, den einzigen Spieler habe ich bisher immer die erste Krypto. Das war die oben links, wo wir reingegangen sind, war immer die richtige. Weil wir noch nie gespielt haben. Weil wir noch nie gespielt haben. Weil wir noch nie gespielt haben. Die letzten drei Male war es immer die richtige. Weil wir noch nie gespielt haben. Ich habe das Gefühl fünfmal gespielt. Ich war nie die richtige. Das ist nur eine ohne die Sparte der Worte. Ich habe doch nicht B. Ah, nicht freigeschaltet. Denk mich doch. Was ist denn freigeschaltet? Ich merke wieder wo es wird, das Spiel nicht pausiert. Oh Gott! Picken! Hä? Was? Was? Was ist mit passiert? Oh Gott, du Lüppchen lang! Nossen! In der... Was mache ich denn für eine Scheiße? Wiss ich doch nicht! Na, guck mich doch mal an, Mann! Mach sie mal da! Blint! Ja, ich geh schon mal wieder raus. Tschüss! Heiß kalt! Heiß kalt. Heiß kalt aus der Kryptowaus. Heiß kalt aus der Kryptowaus. Heiß kalt aus der Kryptowaus. Ja, ganz schön verlassen. Please, hau den allein! Ich brauche mehr Hass, um das zu tun. Wir haben den Gegner gewissen. Ich drücke 1. Easy. Easy, let's play. Ich glaube, das wird die Rutsche, oder? Geht doch was wegkriegt, oder? Achso. Ja. Interessant. Ich kann nicht da nur rüberballern. Ich weiß nicht, dass ich das machen muss. Oh nein. Ich hab's mal gemacht. Oh nein, es ist ja schon fein. Ich kette euch. Ja. Easy. Oh leil, die Ronshotel. Was hast du für verdammte Items? Ach gut. Die Ronshotel, diese Fische einfach nur mit seiner Fähigkeit. Meow. Ich kann die App-Skill nicht machen. Ich muss das Skill nicht machen. Ich muss das Skill nicht machen. Skill ist wichtig. Eure Furcht verrät euch. Jetzt kann ich da halt ab. Alter. Alter, ich weiß wieder. Wenn ich wegsehen. Das ist aus. Der Typ, Alter. Komplett töten. Was ist das? Man, nicht genug Hass. Ich hasse das. Wir sind Ziele. Saugen! Ich hatte den Fack. Jaaaa. Von dem ich mich gewöhnt habe. Das ist ja riesig. Weißt du. Kann ich sie ziehen immer noch saugen? Ich glaub immer, dass es den Saugen nicht ist. Was haben wir denn hier? Krähenfüße. Öh, die Verlangsungseffekt. Nämlich lieber raufrollen, kann ich mich unsichtbar machen. Was ist hier? Vermischen das Feuer. Oh noll, die Leichen! Das Öffnlösen von Schnellfeuer kostet weniger Hass. Hab ich. Guck mal. Oh noll. Oh noll. Das ist scheiße, das ist scheiße. Ich muss einfach mal sehen. Ähm. Was hab ich hier? Bola. Es war eine Bola, die sich in einen Gegner wickelt und explodiert. Oh noll. Jetzt sind wir schon. Das ist der Moment. Das ist das nächste Mal. Das war. Das war. Das war dir. Das war wir jetzt. Das war mir. Das war mir. Ey, wenn du das auch wirst, dann solltest du doch mal die Gegner anklagen, die rumstehen. Taug doch. Oh, ein Bulli. Ein Gold. 5. Diese Kreatur muss sterben. Das sieht nicht ganz schön aus, wenn sie sich auch im Fernsehen stehen bleiben. Los, Krieger! Ah, gut, das ist das. Oh, neue Seite. Wow. Meine Tasche ist voll. Ja, du kriegst einen Gürtel. Wow, meine Tasche ist voll. Du kriegst einen Gürtel. Ich hab nur Platz. Ah ja, hier wird es weiter. Das haben wir noch mal gewöhnt. Oder? Wow. Wow. Da geht der eiskalt weiter. Oh. Oh nein. Ich steh lang. Mach's was schön. Ähm. Ich steh hinten. Und sauge! Get lang! Der Brissschaden. Tschüss. Oh, das müssen. Die Unbegrabenen werden aus menschlichen Leichen gebildet, die ohne ordentliches Begräbnis in Massengräber geworfen wurden. Dieses grässliche Gemisch aus Leibern verrottet zu einem gemeinsamen Wesen durch düstere Magie zusammengehalten. All mein Wissen. Und ich konnte doch nur vor ihnen fliehen. Ich würde jedem vernünftigen Menschen raten, dasselbe zu tun. Ich würde jedem vernünftigen Menschen raten, dasselbe zu tun. Ich weiß nicht, was sie sich angreifen sollen. Das sind so viele. Nein! Ich werde nicht erlauben, dass wir dieses Monster Leoric erneut auf die Welt loslassen. Das ist mein Arbeiter, mein Diener! Warte schön. Da ist ja übelst schnell weggebrochen. Alter, ich hab noch nicht mehr was gemacht, der einfach schon tot. Oh, Stadtportal. Ich hab was Gold, was ich nicht aufnehmen kann. Danke. Eine Sichtel, die kann nicht wenden. Hinten gab es wohl wohl irgendwas Wissenmäßiges. Denkste? Ich dachte. Ja. Doch nicht hier hinten, in die andere Richtung. Geh mal in die andere Richtung. Du Bonobo! Das geht an mir. Nein, hier ist auch nichts. Lüge! Ein blöser Stein. Ich muss zurückkehren. Ah, das ist ein Schöpfer. So, Händler. Ihr habt die Krone gefunden. Warte. Um ehrlich zu sein, hätte ich es nicht erwartet, euch je lebend wiederzusehen. Ah, sie muss repariert werden. Sollte kein Problem sein. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Lüge! Tschüss! Bis zum nächsten Mal.